ja das ist jetzt eigentlich so ziemlich die erste folge aus dem urlaub quasi also ich aber ja passen urlaub und ich sehe auch total was an nein ich hasse es so sehr ist wenigstens oder sprint weil die höhle war ja letzte folge ein bisschen enttäuschend finde ich war zwar ein kleines system aber nur kleines so ich würde vorschlagen dass wir das alles einfach mal hier lassen uns einfach weiter graben ich werde mir den weg halt merken und dann also hier geht er dann weiter also weiter irgendwie ja genau hier geht er dann raus ja der hust ist leider noch nicht ganz weg ein paar folgen müsste das noch abkönnen ich weiß nicht auch wenn morgen also ich nehme jetzt heute vier folgen auf morgen noch mal vier folgen auf dann bin ich ja schon fertig mit der urlaubsproduktion ja ich hoffe mal dass dann das alles vielleicht morgen husten weg ist wenn ich dann auf alle fälle nach dem urlaub gut okay dann ich muss gucken dass ich mir den weg merken ja okay das ist nicht so viel zu merken so und dann brauchen wir auf gut glück dass wir es finden ich will nur eine große höhle haben hier nicht ich will nur eine große höhle haben hier nicht wer die höhle grabe ich eigentlich das ist höhe 11 sehr schluck so zack 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 okay so bitte irgendwas bitte 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 ich höre wasser warte mal und es geht jetzt ruhig wofs sind immer gutes zeichen so wow 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 sehr schön ich glaube ich habe das gefunden was ich gerne finden wollte ich habe wirklich das gefunden was ich gerne finden wollte sehr gut Glück gehabt also ja dann mache ich jetzt einfach hier so zu und dann haben wir was gefunden sogar gleich was gutes gefunden würde ich immer so sagen okay gut dann bauen wir hier mal das Eisen ab und werden hier mal die Höhle so ein bisschen entgründen beziehungsweise schlucht ist ja eher so schlucht so dann machen wir mal die Lava unschädlich warum machst du mir die Lava grad nicht unschädlich ach sie ist doch wahr so so mhm zack oh so sind wir bald komm Profi schon mal gehen wir hin los sehr gut das haben wir geschafft äh und weiter immer ausleuchten so wow 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 sorry wow wow so ok das Wasser brauchen wir hier unten nicht gut zack zack mal sehen was wir hier noch zu finden weil hier ist recht wenig außer Kohle die kann man mitnehmen ok äh ansonsten sind da halt Mobs mal alles weg hier den ganzen Unrat hier ein bisschen die Höhle säubern gut unsere schöne Trade Kohle die ist eigentlich ganz gut mhm von daher mitnehmen auf alle Fälle also ich werde die Ärzte übrigens alle dann nachher zuhause aufbauen und dann mit einer also mit der Forge 3 Iron Pickle einmal abbauen so machen wir mal hier um gucken wir mal wieder ein bisschen Eisen also ich merke schon Strip Eining ist wesentlich ähm sinnvoller aber ich würde auch mal eine Höhle LP machen kann nicht sein kann nicht sein was breitet die Lava da aus das war nicht so ganz mein Ziel ich wollte das so genau genau ok jetzt hält die Lava wieder ok gut so da ist auch gleich noch eine Höhle die ist aber nicht so ganz groß ok gut so so da haben wir auch wieder einen kleinen Höhlenarm der sieht auch interessant aus der sieht auch interessant aus ok zack und hier noch dann haben wir wieder Eisen oha hier gehts ja noch viel weiter hier gehts ja noch viel weiter so 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 oh ich glaube ich kämpfe gerade ein bisschen scheiße wow oh ich würde eigentlich nutzen ich würde zwar kein bisschen zu heilen zweieinhalb Herzen jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen blöd angestellt ich muss mal jetzt was essen hier hm das ist nämlich schnell aus mit uns und das ist nicht so schnell deshalb ja sollten wir was essen das wie ein Dungeon wär mal geil hat man LP auch noch nicht so 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 wo gehts ja wirklich noch tief aber hier ist am Ende ok Wie in der Höhe sind wir hier? 24 Euro. Ich mal die ja eh. Oder was ist das denn? Naja. Wenn's so ist denn, ist es so. So. Ja, Fisch und die Füße schon gern. Man baut sehr schnell die Dinger ab. So. Gucken wir mal hier oben noch. Machen wir einen Enderman. Ich durfte da nun schon weg zu gehen. Weg ist er. Ich mach mal hier zu, dass ich hier nicht unterfalle. So, hier haben wir wieder ein bisschen Kohle. Nehmen wir alles mit. So, und dann essen wir auch da was. Ey, was Schafe? Dafür 52. Könnt's sein, dass da schon Oberfläche ist, oder wie? Das wird nicht jetzt. Äh, ja. Okay, hier ist schon Oberfläche. Sind wir denn hier? Kommt das irgendwie bekannt vor? Nö, nicht richtig. Jo. Schafe. Ich würd sagen... Fleisch. Die werden wir sowieso gewöhnt. Also... Sind die viel zu weit weg von uns. Spitzhack jetzt nötig ein bisschen, ob der hier zu werden heißt. So... So... Wenn wir wahrscheinlich noch nicht gehen, ja. Warte, 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 warte. So... Okay. Gut. Hier sind wir hergekommen. Also... Zumachen. Fackel setzen. 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 Scheiß Wasser. Fackel setzen. Überall Fackel... Eieiei. Saft. Und da ging denn das Wasser? Yo. Äh... Da war Wasser. Wieso fließen jetzt jetzt hier so lange runter? Muss das nicht schon lange aufgehen? Ach ne. Ach jetzt. Okay. Das hat ja lange gebraucht. So. Okay. Hätten wir das... Machen wir mal weiter. Machen wir mal kurz gucken hier. Und wir finden vor... Und wir finden vor... Eine Feder raus. Ne, was spannendes? Äh... Vielleicht. Schlucht. Schlucht ist spannend. Manchmal. Wow, 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 wow. Äh... Arschend. Are you fucking kidding me? Böses Zombie. Also, ich hab grad schon den Todesbildschirm gesehen, aber... Wir hatten mir gar nicht mal Fehler vorliegen. Wir haben keine Rüstungshilfe verzauert. Also... Ich bin ja schon fast da... Happy über mich, dass ich das überhaupt überlebt habe. So. Jetzt gucken wir mal hier... Waren wir hier überhaupt schon mal? Wo kommen wir denn? Hä? Nach vorne kommen wir. Hier hinten waren wir noch gar nicht. Ach stimmt, da sind wir raus. Achso, ja. Ah, hier sind wir richtig. Gut. So, so. So. Darf ich da hier in aller Ruhe hochkommen? Genau. Wie hier hochgekommen? Habe ich nicht hochgesteckt? Ach nee. Hier waren wir ja auch. Genau. Ja. So machen wir es nicht. Ähm. Ähm. Hallo. Essen. Jetzt. Du musst übrigens nicht alle fackeln. Setzen, die du hast. Ich denke, ich mache Jump World. Gerade kann man das nicht so ganz feststellen. So. Dann machen wir es ohne Jump Skills hier. Wenn ich mit zu blöd bin. Okay. Wenn ich mit zu blöd bin. Okay. Kohle. Kohle. Wasser schon? Ja. Okay. So. So. Das war mal. So. Das war mal. Ich bin sehr gut. So. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Und dann lassen wir erstmal das Wasser abäppen und machen so, sehr schön. Gut, das Lava ist, können wir auch einen Erzbaum mitnehmen. Dann können wir so jetzt noch einen Erzbaum mitnehmen. Äh, Granit bauen wir nicht. Ich hab's so geahnt, ich hab's, äh 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 als ob ich das gerade geahnt hätte, dass da Lava ist. Und deshalb baut niemals den Block unter euch ab. Das hätte auch direkt ein Zeltuntergang sein können. Also ich glaub ich hab's zwar gar nicht verhindern können. Ich werd da glaub ich grad einfach rin gelatscht. So sterbe ich eigentlich in der Höhle, wenn mir das passiert. Gut, ähm, brauchen wir jetzt mal kurz etwas Kohle, beziehungsweise äh... Äh, Bogen brauchen wir. Ne, warte, Bogen kann man behalten, das kann ich mal weg hier. Äh, Wohle kann man auch behalten. Ne Leiter kann weg. Also, Leiter kann weg. Ich bräuch die Kohle jetzt mal ganz kurz so ab. Ähm, damit wir uns mal zwei Fackeln machen können, weil die sind gerade alle. Und Scheißbetrackler, was auch noch ist. Lange out. Irgendwie. Ist man gar nicht mehr gewohnt jetzt. Und bisschen efficiency fünfmal gehabt. Tja, ist halt so. Das sind schon 16, sehr gut. Das sind Sticks plus 16 Kohlen. Das ist ein Stick und 440 Fackeln. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Das Kohle kann ich so abbauen. Juhu, dann haben wir da noch ein bisschen Eisen. Äh, hier ein bisschen Woodstone. Wenn Funny wird damit verionsauscht. Und ich kann das noch mal wieder aufzunehmen. Ich habe also eine35 Idee, die Maschine zuerst 살�en. Und zwar re prohibit engagiert den Meter Art Beating. Die Sachen werden selber. Und zwar orientiert am inquiał devotee von der Hashirin. Das ist ja auch die Folge, das ist ja schon wieder. Gut, ich mach mal so wieder mitnehmen hier. Das war's jetzt erstmal für die Folge. Bis zum nächsten Mal, Tschüssi!